und natürlich bin ich im schlachthaus ich bin rechts von dir das ist irgendwie pervers ich hänge ich stehe neben so einer kuh und hab die euter im gesicht ja aber wo ich die euter gemalt wusstest du nicht was es war nee das konnte man auch nicht erkennen das ist um mich nils wusstet direkt was es war ja doch da hast du noch nein ja ich weiß dass er es definitiv drin stehen das war bestätigt alles aufnehmen ich meine sogar es ist bei dem aufgenommen da habe ich eben gesagt ich würde mir gerne wissen welcher kinder das war gegen hillbilly und dann machen wir das in der nächsten runde sonst bin ich direkt tot der ist dahinten musst du aufpassen lieber in die andere richtung ich bin jetzt hier runter gegangen hier zum gen weiß ich wo du hin gelaufen bist ja hier bei mir in der ecke ja hier ist auch einer dran das bin ich mir noch ich aber sehen um das zu machen muss ja erst mal dich jemand da muss sich derjenige opfern und dann noch mal aufhängen lassen die paletten hast du alle gemacht ne oder als fertig ne ja sonst würde ich ja nicht das machen müssen meinst du jetzt nicht der läuft hinter uns auf dem ding rum oh 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 geh weg habt ihr einen jenner raus ja jetzt nicht mehr die war mit dem clown da der war so zwei drittel durch und dann kamen sie mit dem clown an von dir aus geradeaus durch auf der anderen seite da ist ja aber du bist doch die plädte mit dem winter sachen an ich dachte gerade wieso will der den jetzt heilen ich bin wieder an der ecke sind jetzt weg ja ja aber der ja also wenn du quasi an ihm vorbeiläufst und dann deine ecke ist das und fernos ich würde mal ich habe den totem gefunden ich sehe nichts scheiße man muss es direkt neben dem feuer sein da siehst du gar nichts kann sich nicht umschauen nichts totem ist weg und vermutlich war das sehr wo er dran gesessen also ich bin auf der anderen seite von der hütte so eine ecke hier mein erst über die hälfte jetzt meiner ist gerade angefangen da kommt eine hin aber der ist nicht schlecht mit den flaschen da zwei drittel rechts von jetzt bin ich gerade ist das jetzt ich glaube ja ich halte gerade die in die ecke wird das kann ich dir nicht zu ende machen das ist aber auch nicht dass du dich fallen lassen sollst weil die ersten haken dann kommt er nach hier ja er wird jetzt nach hier kommen weil das jetzt angeht ja aber unser ist auch halb dann geh du zu ihm wir machen jetzt sag was bist du im chase oder kannst du ihn gehen ne noch sucht er mich jetzt geht er zurück kommst du mir zurück ok wir haben jetzt gleich Adrenalin ja mach noch nicht ich versuche ihn runter zu dass ihr nicht die drei sekunden warten könnt da wäre jetzt geheilt ich wollte doch Silke pass auf wie soll ich denn das der anderen sagen die war doch mit da dran warst du verletzt? hat die Noe? ne er hat Noe ja oder trifft deine Wahl ich weiß es nicht ich hab hier so ein jetzt hab ich kein Herz mehr ich hab hier so ein Herz gehabt so ähnlich wie ja er hat es ich weiß es nicht ach nee jetzt ist der hier am ja der ist hier am kämpfen wenn er einen direkt mehr nach Rasche trifft dann ist mein Mann nicht ich mach das Tor ich hab das heiße Foto wie was was hast du denn ja wenn er mich wegziehen will dann kann ich ihm das heiße finden er sieht euch aber er guckt euch direkt an und wirft jetzt die andere will mich runter holen scheiße nein der hat doch keinen Zeit wo ist das andere Tor? lädt mich auf komm nein er lädt erstmal nach ey ich hab keinen Bock mehr ich hätte mich eine Sekunde auf ey nein er beschützt das Tor? ja wo ist das andere Tor? weiß ich nicht keine Ahnung der sieht so richtig scheiße aus ich bin noch nicht oben ach du scheiße der hat Noeit der hat doch Noeit er hat nicht Noeit ja sonst wär ich nicht One-Hit gewesen oh nein jetzt liegt ja alle und ich kann mich nicht heilen ich weiß wo das Tor ist aber und ihr könnt ja super geil guck gleich mal bei seinen Addons da siehst du es wo du bist steht der jetzt bei ihr oder geht der zu euch? die ist auch draußen sozusagen schon die müssen noch einen Schritt machen oh fuck er jagt mich gerade ey warum hast du noch geschrien? hä? die ist doch gar nicht getroffen was solltest der bitte? scheiße boah die soll rausgehen ey ja die liegt da wieso geht die nicht raus? die ist im Tor die ist im Tor die kann raus sicher? ja geh raus die bleibt da liegen ich hoffe der nimmt die auch echt oh feier kann die nicht einfach rausgehen? ja gut sowas ist auch scheiße für ein Killer da muss ich jetzt mal ne jetzt gehts noch raus da bin ich jetzt auch ganz ehrlich da guckt euch das pinke Addon an ja well playing durch so ein Gekämpe ja aber davor halt guck euch mal das Addon hat äh an da dieses den Finger ja ja überlebende die direkt mit einer Flasche des Nachspieltonicums getroffen werden leiden am Statuseffekt gefährdet gefährdet ist wanted ja 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 ja